Aber war Philipp, waren seine megtanen Griechen, den Kampf gegen die Perser im Sinne des hellenischen Volkes und der hellenischen Geschichte übernehmen zu können? Die Verteidiger der alten partikularistischen Politik und der hellenischen Freiheit haben es oft bestritten, und ihr großer Wortführer dem wussten es geht in seinem patriotischen Eifer so weit, zu versichern, dass Philipp weder ein Hellene, noch mit Helleren verwandt sei, sondern zu den Barbaren gehöre, die nicht einmal zu Sklaven brauchbar seien. Ältere Überlieferungen geben eine andere Auffassung. Er schüllos lässt, wie schon angeführt ist, den König Belaskus von Argus sagen, sein Volk, Belasker nach ihm geheißen, wohne bis zu des strimm und klaren Wassern und umfasse wie das Bergland Dodona, so das Land Ampindus und die weiten Gaurpeonins. Also dem alten Marathonkämpfer gelten die Völkerschaften, die das Flussgebiet des Halliakmon und des Axios bewohnen, für gleichen Stammes mit der alten Bevölkerung der Lande vom Olympus bis zum Teneron, mit der im Westen des Pindus. Der hohe Pindus, der Thessalien vom Bergland Dodona und von Epirus scheidet, bildet in seinen nördlichen Fortsetzungen bis zum Schadag, dem alten Skardus, die Scheidung zwischen Makedonien und Illyrien, dann wendet sich das Gebirge nach Osten zu den Quellen des Strimmons und weiter südostwärts auf dessen linke Seite als Orbelos zur Küste hinab, die natürliche Grenze des Makedonisch-Pienischen Gebietes auch gegen die thrakischen Völker im Osten und Norden vollendend. In dem so umschlossenen Gebiet durchbrechende Halliakmon, der Axios mit seinen Nebenflüssen, der Strömen eine zweite, eine dritte Gebirgsreihe, die, dem Pindus Skardus Orbelos gleichsam konzentrisch, die inneste Küstenebene, die von Bela und der Salonika am Thermaischen Busen, umschließt, und der Doppelkranz von Talkesseln, durch welche die drei Ströme hindurchbrechen und, wenigstens der Axios und Halliakmon, in dieser Küstenebene aneinander nahe das Meer erreichen, macht die Bevölkerung dieser Lande wie von Natur in kantonale Stämme zerfallen, und die Ebene der Küste zu deren gemeinsamer Mitte und Malstadt. Nach den Erzählungen Heredotts ist das Volk, das später den Namen Doria geführt, aus Thessalien gedrängt, an den Pindus in das Teil des Halliakmon gezogen und hat dort den Namen Mekdanen geführt. Andere sagen lassen Augeas, den Stammvater der Mekdanen, von Argus in die Orestis, am Quellgebiet des Halliakmon, ausziehen, und erklären damit den Namen Augaden, mit dem das Königshaus wohl genannt wird. Nach anderer Überlieferung, die dann die Landesübliche wurde, waren drei Brüder, Herakliden aus dem Fürstengeschlecht von Argus, das von Temenus abstammt, nach Norden zu den Ilian, dann weiter in das obere Land Makedoniens gekommen, hatten sich dann in Edessa festgesetzt, an den mächtigen Kaskaden, mit denen die Wasser in die weite, fruchtreiche Küstenlandschaft treten. Hier in Edessa, das auch Aiga genannt wird, habe Perdikas, der Jüngste der drei Brüder, das Königtum begründet, das dann in allmählichem Wachstum die nächstgelegenen Landschaften Emartia, Mygdonia, Botia, Biria, Amphaxitis in dem Namen der Mekdanen vereinigte. Sie gehörten zu denselben belaskischen Stämmen, die einst alles hellenische Landrinne gehabt hatten, und von denen auch andere später den Hellenen, hinter deren Entwicklung sie zurückgeblieben, als Barbaren oder Halbbarbaren erschienen. Die Religion, die Sitte der Mekdanen bezeugt diese Gemeinschaft, mögen an den Grenzen Vermischungen mit illyrischen, mit thrakischen Stämmen stattgefunden haben, die makedonische Sprache erweist sich als den älteren Dialekten der Hellenischen nahestehend. Bis in die späte Zeit ist in der makedonischen Kriegsverfassung der Name der heteronen Übung geblieben. War derselbe, wie wohl nichts zu zweifeln, mit der Gründung des Königtums in das Land gekommen, so hatten die makedonischen Herakliden das gleiche los mit ihren Vorfahren in dem Peloponnes, in ein fremdes Land eingewandert, ihre Macht und ihr Recht auf die Unterwerfung der dort altheimischen gründen zu müssen. Nur dass hier mehr als in anderen dorischen Landen das Alte mit dem Neuen sich mischte und zu einem Ganzen verschmolz, welches die frische, aber auch die rohe Derbheit der Väter, man möchte sagen die Heronzeit in ihrer unpoetischen Gestalt, bewahrte. Es gab da Sitten höchst altfränkische Art, wer noch keinen Feind getötet, musste den Halfter umgegürtet tragen, wer noch keinen Eber im freien Anlauf erlegt hatte, dürfte beim Gast mal nicht liegen, musste sitzen, bei der Leichenfeier hatte des verstorbenen Tochter den Scheiterhaufen, auf dem der Leichnam verbrannt war, auszulöschen. Es wird berichtet, dass die Trophäen des ersten Sieges, den Pädikas über die einheimischen Stämme davon trug, durch den Willen der Götter über Nacht von einem Löwen umgerissen wurden, zum Zeichen, dass man nicht Feinde besiegt, sondern Freunde gewonnen habe, und seitdem sei es makedonische Sitte geblieben, über besiegte Feinde, ob herleeren oder barbaren, keine Trophäen zu errichten, weder Philipp nach dem Tage von Caerone, noch Alexander nach den Siegen über die Perser, die Inder, habe es getan. In den Jahren dieser Siege schreibt Aristoteles, in den hellenischen Landen habe sich das Königtum nur in Sparte, bei den Molossern und in Makedonien erhalten, bei den Spartanern und Molossern, weil es in seiner Machtvollkommenheit so beschränkt worden sei, dass die Könige nicht mehr beneidet würden. Während alle Orten sonst das Königtum, das sich in dem niederen Volk eine Stütze zu gewinnen versäumt hatte, dem Emporkommen des Herrenstandes erlegen war, während gegen diesen Herrenstand selbst das niedere Volk, lange von allem Anteil an der Leitung des öffentlichen Lebens ausgeschlossen und in Druck gehalten, sich endlich aufgelehnt, die edlen Geschlechter ihrer Vorrechte beraubt und sie in das gleiche Recht des demokratischen Gemeinwesens herabgezogen hatte, war Makedonien in seiner altertümlichen Königsherrschaft geblieben, da hier die Elemente der Reibung und des Hasses in dem Verhältnis der Stände nichts zu ausbilden kamen, an Reichtum und Ehre über alle hervorragend, sagt Aristoteles, blieb hier das alte Königtum. Es gab hier Gefahren anderer Art. Das Königtum gehörte dem königlichen Geschlecht, aber die Erbfolge in demselben war nicht so fest normiert, dass sie jeden Zweifel und Hader im Voraus ausgeschlossen hätte. Je freier hier die königliche Gewalt blieb, umso mehr forderte sie von dem, der sie inne hatte, persönliche Tüchtigkeit und Leistung, und nur zu oft geschah es, dass unmündige, unfähige, lässige dem tüchtigeren Bruder oder Vetter weichen mussten. So hat nach Alexandros i. Tod dessen jüngerer Sohn Perdikas i. nicht geruht, bis er seine älteren Brüder Amintas, Philippus, Algettes zur Seite geschoben hatte, so hat Perdikas Sohn Archelaus, der in unrechtmäßiger Ehe geboren war, den rechtmäßigen Erden verdrängt und, ehe er heranwuchs, ermordet. In anderen Fällen gab die Vormundschaft, die geordnete Form der Brust der sie die Handhabe zur Usurpation. Dazu noch ein anderes. Mehrere Beispiele zeigen, dass jüngeren Söhnen des Königs, auch wohl fremden, Teile des Landes zu erblichem Besitz abgetreten wurden, gewiss unter der Oberhoheit des Königs, aber doch mit so fürstlicher Befugnis, dass sie auch zu Waffendienst aufbieten und eigene Truppen halten dürften. So hatte der jüngere Bruder des ersten Alexandros, Aitaius, das Fürstentum Illumiotes im oberen Lande erhalten, und es blieb in dessen Geschlecht, so des Perdikas Bruder Philippus ein Gebiet am oberen Axios. Das Königtum konnte nicht erstarken, wenn es diese Fürstenlinie nicht zur Gefolgschaft zu halten vermochte, zumal solange die Pionen, die Algoreaner, die Lenkestier, andere Grenzgebiete und der selbstständigen Fürsten ihnen Rückhalt gaben. Zuerst Alexandros I., in der Zeit der Perserkriege, scheint die Lenkestier, die Pionen, die Ursten, die Tym IV zur Anerkennung der makedonischen Oberhoheit gezwungen zu haben, aber die Fürsten dort behieten ihren Fürstenstand und damit ihre fürstlichen Güter. Von der Verfassung und Verwaltung Makedoniens, I., ist zu wenig überliefert, als dass man sagen könnte, wie weit sich des Königs Macht erstreckt habe. Wenn König Archelaus im letzten Jahrzehnt des Peloponnesischen Krieges eine Fölle neuer Einrichtungen schaffen, wenn Philippi, das Münzwesen seines Landes, das bis dahin höchst ungleichartig gewesen war, neu gestalten, wenn er ein völlig neues Heerwesen schaffen konnte, so muss das Königtum eine sehr weitgehende Befugnisregeln der Verordnung gehabt haben. Aber gewiss bestimmte, was Recht sei, die Gewohnheit und das Herkommen, ergänzte den Mangel der Verfassung. Man wird wohl sagen dürfen, dass das Königtum ebenso weit von asiatischer Despotie, wie das Volk von Leibeigenschaft und sklavischer Unterwürfigkeit entfernt war, die Mägdenen sind freie Männer, sagt ein alter Schriftsteller, nicht Benisten, wie die Masse des Volkes in Thessalien, nicht Heloten, wie im spartanischen Lande, sondern ein Bauernvolk, gewiss nicht ohne freien und erblichen Besitz, gewiss nicht ohne Gemeindeverfassung mit Ortsversammlung und Ortsgericht, alle zu den Waffen pflichtig, wenn der König das Land aufruft. Noch in später Zeit gilt das Heer als versammeltes Volk, wird zur Volksversammlung berufen zur Beratung und Gericht. In diesem Heere tritt deutlich ein zahlreicher Adel hervor unter dem Namen der Heteiren, der Kriegsgesellen, wie ihn schon die homerischen Gesänge kennen. Diesen Adel wird man kaum als Herrenstand bezeichnen dürfen, was ihn auszeichnete, war wohl nur größeres Besitztum, die Erinnerung edler Abstammung, nähere Beziehung zur Person des Königs, der treue Dienste mit Ehren und Geschenken belohnte. Selbst die Familien von fürstlichem Adel, die früher in den oberen Landschaften selbstständige Herrschaft gehabt und, nachdem sie von dem mächtigeren Königtum Makedoniens abhängig geworden, doch den Besitz ihres Territoriums behalten hatten, traten wohl mit ihrem Volk in die Verhältnisse ein, welche für das Königsland galten. Größere Städte in hellenischem Sinne gab es in diesem Bauern- und Adelslande nicht, die an der Küste liegenden waren hellenische Kolonien, selbstständige Gemeinwesen, im bewussten Gegensatz gegen das Binnenland. Gegen die Zeit der Perser-Kriege, namentlich unter dem ersten Alexandros, dem Philhellen, wie Pindain nennt, begannen lebhaftere Beziehungen Makedoniens zum Griechentum. Schon dessen Vater hatte dem aus Athen geflüchteten Hippias, Beisistratus' Sohn, zu Flucht und Besitz in seinem Lande angeboten. Alexandros selbst, der dem Heere der Perser nach Hellas folgen musste, tat, was er konnte, man erinnere sich der Schlacht bei Platiminus, den Hellenen hilfreich zu sein, ihm wurde aufgrund seiner nachgewiesenen Abstimmung von den Demeniden von Argus die Zulassung zu den olympischen Wettkämpfen gewährt, als Anerkennung, dass er Hellene sei. Wie er, so waren seine nächsten Nachfolger, mit mehr oder minder Geschick und Kraft darauf gewandt, ihr Land in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Verkehr, dem politischen Leben und der Bildung der Hellenen zu bringen. Die Nähe der reichen und handelskundigen Kolonien in Chalkierdecke, die durch sie veranlassten vielfachen Berührungen mit den Hauptmächten von Hellas, die um deren Besitz kämpften und den Einfluss Makedoniens suchten oder fürchteten, die fast ununterbrochenen Kämpfe in Hellas selbst, welche manchen berühmten Namen die Heimat zu meiden und an dem reichen Hofe von Belarus und Ehre zu suchen veranlassten, das alles begünstigte die Fortschritte Makedoniens. Vor allem wichtig und erfolgreich war die Zeit des Königs Archelaus, während das übrige Hellas von dem Peloponesischen Kriege verwirrt und zerrissen wurde, schritt unter seiner umsichtigen Leitung Makedonien rasch vorwärts, er baute feste Plätze, deren bisher das Land entbehrt hatte, er legte Straßen an, er entwickelte die begonnene Ordnung des Heerwesens, er tat in allem, sagt Thucydides, mehr für Makedonien als die Achtkönige vor ihm. Er stiftete Festspiele nach Art der Hellenischen, die bei Dion, und von dem Grabe des Orpheus, dem Olympischen Zeus und den Musen gefeiert wurden, gymnische und musische. Sein Hof, der Sammelplatz von Dichtern und Künstlern aller Art und der Vereinigungsbank des Makedonischen Adels, wurde das Vorbild für das Volk und dessen fortschreitende Entwicklung, Archelaus selbst galt den Zeitgenossen für den reichsten und glücklichsten Menschen der Welt. Nach ihm begann schwerer als zuvor Renor Hader, vielleicht von einer Reaktion gegen die Neuerungen der sich sammelnden Königsmacht veranlasst oder geschürt, gerichtet zugleich gegen die neue Bildung und Sitte, für die das Königtum eingetreten war, Tendenzen, die der Lage der Sache nach in den Fürstengeschlechtern und einem Teil der Heteren ihre Träger fanden und von der Politik der leitenden Staaten in Hellas bestens gefördert wurden, während die Masse des Volkes, so scheint es, dabei gleichgültig blieb. Schon gegen König Archelaus hatte sich der Lemkestierfürst Ahabaius in Verbindung mit dem Illumiotischen Sirhas in Waffen erhoben, vielleicht unter dem Vorwand, die Beseitigung des echten Erbfolgers zu rächen, vielleicht für Amintas, des Aitaius' Sohn, Enkel des Amintas, den Pädikas zur Seite geschoben hatte, den nächstberechtigten aus dem königlichen Hause. Archelaus hatte den Frieden damit erkauft, dass er seine Töchter, die Ältere dem Sirhas von Illumiotis, die Jüngere dem Amintas vermählte. Dann wurde er, wie es heißt, durch Zufall auf der Jagd getötet. Ihm folgte sein unmündiger Sohn Urstes und der Vormundschaft des Aeropos, aber der Vormund ermordete ihn, wurde selbst König. Aeropos ist gewiss der Sohn jenes Ahabaius, aus dem bakiadischen Fürstengeschlecht der Lemkestis an der Grenze der Illuria, mit deren Hilfe seine Vorfahren so oft gegen die Könige von Makedonien gekämpft hatten, was Aeropos, seine Söhne und Enkel in den folgenden 60 Jahren getan, bezeichnet sie als die Städtengegner der neuen monarchischen Tendenzen des Königshauses, als Vertreter des althergebrachten loseren Zustandes. Immer neue Empörungen und Thronwechsel, die Folgen, sind der Beweis für das Ringen des Königsgeschlechtes und der partikularistischen Richtungen. Aeropos verstand das Königtum zu behaupten, aber als er 392 starb, bemächtigte sich Amintas der Kleine der Gewalt, ihn ermordete der das 391, und des Aeropos Sohn Pausanias wurde König. Wieder diesen verdrängte jene Amintas, des Aitaios Sohn, 390-369, die älteste Linie des Königshauses trat mit ihm wieder in ihr Recht. Die Jahre seiner Regierung sind voller Wirren, die das zerrüttete Makedonien zur leichten Beute jedes Überfalles zu machen schienen. Vielleicht von den Lemkestieren herbeigerufen, brachen die Illia verheerend in das Land, besiegten des Königsherr, zwangen ihn selbst zur Flucht über die Grenzen. Zwei Jahre lang hatte Agaas das Königtum inne, ob aus dem Königshause, ob ein Bruder des Pausanias, ob ein Lemkestier, muss dahingestellt bleiben. Aber mit dessalischer Hilfe kam Amintas zurück, gewann das Königtum wieder, freilich in elendem Zustande, die Städte, die Landschaften an der Küste waren in der Gewalt der Olyntier, selbst Bela schloss dem Könige die Torre. Dass er sich mit Eurydike vermehlte, die beiden Fürstenhäusern, dem von Ilimais und von Lemkestis, angehörte, mag geschehen sein, um endlich Versöhnung zu schaffen. Es folgten die Wirkungen des antalkidischen Friedens, der Zug der Spartaner gegen Olyntus, Amintas schloss sich dem Zuge an, auch der das, der Fürst der Elymiotis, folgte mit 400 Reitern. Aber man kam nicht so bald zum Ziel, der das wurde gefangen. Und nachdem endlich, 380, Ullend gebrochen war, erhob sich Theben, es folgten Spartes Niederlagen bei Nexos, bei Leuctra, Ullend erneuerte den chalkidischen Bund, Jason von Frey vereinte die Macht Thessalienz, nötigte wie Algetis von Epirus, so Amintas I. in seinen Bund zu treten. An der Schwelle großer Erfolge wurde er ermordet, 370. Der schwache Amintas hätte sich seiner Oberhoheit nicht zu erwehren vermocht. Er starb wenig später, ihm folgte der Älteste seiner drei Söhne, Alexandros I., von seiner Mutter, der Elymiotin, kam ihm ein rasches Verderben. Sie hatte schon lange geheime Botschaft mit Ptolemaius, aus unbekanntem Geschlecht, dem Mann ihre Tochter, gehabt, sie veranlasste ihn, während Alexandros, von den Thessaliern zur Hilfe gerufen, glücklich kämpfte, die Waffen gegen ihn zu erheben, er behauptete gegen den Heimeilenden das Feld, dein Alter Theben, sich einzumischen, es galt Makedonien zu lehmen, bevor es weitere Erfolge in Thessalien gewann, Pelopidas stiftete einen Vergleich, nachdem Alexandros 30 Edelknaben als Geiseln stellte, Ptolemaius, so scheint es, ein Teil Fürstentum mit der Stadt Allorus, nach dieser wird er genannt, erhielt. Ein Vergleich, der nur gemacht schien, den König sicherer zu verderben, während eines festlichen Tanzes wurde er ermordet, dem Mörder gab die Mutter ihre Hand und, unter dem Namen der Vormundschaft für ihre jüngeren Söhne Perdikas und Philippus, das Königtum, 368-365. Gegen ihn erhob sich, von vielen Mägdenen gerufen, von der Chalkidie gekommen, Pausanias, er heißt aus dem Königshause, von welcher Linie dasselben er stammt, ist nicht mehr zu erkennen. Er machte rasche Fortschritte, Eurydike flüchtete mit ihren beiden Kindern zu Elfikrates, der mit artischer Macht in der Nähe war, er schlug den Aufstand nieder. Aber fester stand darum Ptolemaius nicht, die Ermordung Alexanders war ein Bruch des Vertrages mit Heben, an Pelopidas, der mit einem Heere entheben stand, wandten sich die Freunde des Ermordeten, er kam mit einem rasch gewordenen Heere, aber des Ptolemaius Gold zerrüttete es, Pelopidas begnügte sich, einen neuen Vertrag mit ihm zu schließen, als Pfand seiner Treu stellte Ptolemaius 50-Hetheiren und seinen Sohn Philoxenus, vielleicht war es bei diesem Anlass, dass auch Philippus nach Theben kam. Aber Pädikasi, so wie er herangewachsen war, rechte den Mord seines Vaters mit dem Morde des Usurpathos. Sich dem Einflussethebens zu entziehen, hielt er sich zu Athen, kämpfte an Timotheos Seite mit Ruhm gegen die Olentier. Dann aber brachen, vielleicht von den Lenkestiern aufgerufen, die Lyria über die Grenze herein, er kämpfte anfangs glücklich gegen sie, denn in einer großen Schlacht fand er und 4000 Mann den Tod, das Land wurde weithin von den Ilien verwüstet, die Pionen brachen von Norden ins Land. Unter solchen Umständen übernahm Philippus das Regiment 359, zunächst für des Pädikas unmündigen Sohn Amintas. Er war schon, wohl seit des Ptolemaius Ende, im Lande, nach einem Vergleich, zu dem Pläthron dem Pädikas geraten haben soll, war ihm ein Teil für Stentum zugewiesen worden, die Truppen, die er dort hielt, gaben ihm einen ersten Anhalt. Die Gefahr war groß, die Illyria, die Pionen standen im Lande, es kamen die älteren Prätendenten Achaas, Pausanias, von Athen, von den Tragerfürsten unterstützt, drei Bastardsöhne seines Vaters forderten das Königtum. Von dem bereiten Willen des Landes gestützt, überstand Philipp die erste Not, mit Vorsicht, Gewandtheit, Entschlossenheit rettete er das Reich vor den Illyiern, Trakern, Pionen, das Königtum vor den Prätendenten, das königliche Haus vor neuen Intrigen und Verwirrungen. Und als die Athener, die die Torheit gehabt hatten, der gemeinsamen Sache wiede ihn für seine Anerkennung ihres Anspruchs auf Amphipolis den Rücken zu kehren, über seine Erfolge in Sorge gerieten und mit Grabos dem Illyria, Lepaus dem Pionen und Ketriporis dem Traker und seinen Brüdern ein Schutz- und Trutzbündnis schlossen, damit Barbareneinbrüche von drei Seiten zugleich die Macht Makedoniens brechen, ehe sie völlig gesammelt wurde und erstarkte, da war Philipp, schon hatte er Amphipolis genommen und die Bürgerschaft gewonnen, rasch an den Grenzen, und die Barbaren, die noch lange nicht zum Werk fertig waren, mussten eilen, sich zu unterwerfen. Um 356 waren die Grenzen gegen die Barbaren bis auf Weiteres gesichert. In kurzem schwanden die Parteien am Hofe, von der der Lynkestie waren Ptolemaius und Eurydige tot, einer von den Söhnen des Aeropos, Alexandros, wurde später durch Vermählung mit des treuen Antipatros Tochter, die beiden anderen, Heromanes und Ahabaius, durch andere Gnaden gewonnen, Ahabaius' Söhne Neoptolemus und Amintas am Hofe erzogen. Die beiden Prätendenten Achaas und Pausanias verschwinden in der geschichtlichen Überlieferung. Den rechtmäßigen Thronerben endlich, des Perdikas Sohn Amintas, in dessen Namen Philipp im Anfange die Regierung geführt hatte, knüpfte er, als er erwachsen war, durch die Vermählung seiner Tochter Künner an sein Interesse. So war Makedonien in der Hand eines Fürsten, der mit Planmäßigkeit und Gewandtheit die Kräfte seines Reiches zu entwickeln, zu benutzen und bis zu dem Grade zu erhöhen verstand, dass sie dem großen Gedanken, an der Spitze des Griechentums gegen die Persermord in die Schranken zu treten, schließlich gewachsen waren. In den geschichtlichen Überlieferungen, wie sie uns vorliegen, sind über die staunenswürdigen Erfolge des Königs die Machtelemente, durch welche sie errungen wurden, vergessen, und während sie die Hand, die einen Staat Griechenlands nach dem anderen zu sich her überzog, in jedem Einzelnen ihre schlauen Griffe beobachten, lassen sie uns über den Körper, dem diese Hand angehört, und dem sie ihre Kraft und Sicherheit dankt, fast völlig im Dunkeln, das verführerische Gold, das sie dieselbe Hand zeigen und zur rechten Zeit spenden lassen, erscheint fast als das einzige oder doch wesentliche Mittel, mit dem Philipp gewirkt. Fast man das innere Leben seines Staates näher ins Auge, so treten deutlich zwei Momente hervor, die, schon früher angeregt, aber durch Philipp erst zu ihrer ganzen Bedeutung entwickelt, die Basis seiner Macht wurden. Mein Vater, sagt Alexander Baarian zu den meuternden Mägtanen in Opis 324, übernahm euch, als er König wurde, umherziehend, mittellos, die meisten in Fälle gekleidet, auf den Bergen scharfe weidend und elend genug zu deren Schutz gegen die Illurier, Traker und Treibler kämpfend, er hat euch die Klamis der Soldaten gegeben, euch in die Ebene hinabgeführt, euch gelehrt, den benachbarten Barbaren im Kampf gewachsen zu sein. Gewiss war früher schon, wenn es Krieg gab, jeder wehrhafte Mann ausgezogen, um nach Beendigung des Krieges wieder zu seinem Pflug oder zu seiner Herde zurückzukehren. Die Gefahren, unter denen Philipp die Regierung übernahm, die Kämpfe, mit denen er namentlich in den ersten Jahren seine Regierung sein von allen Seiten bedrohtes Land zu schützen hatte, gaben Veranlassung, das, was schon König Archelaus begonnen, vielleicht die dann folgenden inneren Wirren wieder zerrüttet hatten, wieder aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Aufgrund jener Kriegspflicht schuf er ein Nationalheer, das, fort und fort gesteigert, schließlich wohl 40.000 Mann zählte. Er verstand nicht bloß, es zu vermieren, sondern ihm Zucht und militärische Tüchtigkeit zu geben. Es wird berichtet, dass er den unnützen Tross, die Bagagewagen des Fußvolkes abschaffte, den Reitern nur je einen Pferdeknecht gestattete, das er oft, auch in der Sommerhitze, marschieren, oft Mäsche von sechs, sieben Meilen, mit vollem Gepäck und Proviant für mehrere Tage, machen ließ. So strenge war die Zucht des Heeres, dass in dem Kriege von 338 zwei hohe Offiziere, die sich einer lauten Schlägerin mit ins Lager gebracht hatten, verabschiedet wurden. Mit dem Dienst selbst entwickelte sich die feste Ordnung von Befehlenden und Gehorchenden und eine Stufenfolge des Ranges, in der nur Verdienst und anerkannte Tüchtigkeit steigen ließ. Die Erfolge dieser Militärverfassung zeigten sich bald. Sie bewirkte, dass sich die verschiedenen Landschaften des Reiches als ein Ganzes, die Mägdenen als ein Volk fühlen lernten, sie machten es möglich, dass die neu gewonnenen Gebiete mit dem alten Makedonien zusammenwuchsen. Vor allem, sie gab in dieser Einheit und in dem militärischen Typos, der fortan vorherrschend wurde, dem makedonischen Volk das Selbstgefühl kriegerischer Tüchtigkeit und die ethische Kraft fester Ordnung und Unterordnung, deren Spitze der König selbst war. Und wieder bot ihm für seine Zwecke das Bornvolk seines Landes ein fügsames und derbes Material, der Adel der Heteren die Elemente zu einem Offizierstande voll Ehrgefühl und Wetteifer sich auszuzeichnen. Ein Heer dieser Art musste den Söldnerhaufen oder gar dem herkömmlichen Bürgeraufgebot der hellenischen Staaten, ein Volkstum von dieser Derbheit und frische dem überbildeten, in Demokratie und städtischem Leben überreizten oder abgestumpften Griechentum überlegen sein. Die Gunst des Schicksals hatte diesem makedonischen Lande die alte Kraft und Art erhalten, bis es demselben zuteil wurde, sie in großen Aufgaben zu bewähren. Sie hatte hier in dem Kampf des Königtums mit dem Adel nicht, wie in Hellas Jahrhunderte früher, dem trotzigen Herrenstande, sondern dem Königtum den Sieg gegeben. Und dieses Königtum eines freien und kräftigen Bauernvolkes, diese militärische Monarchie gab jetzt diesem Volke die Form, die Kraft und Richtung, welche auch die Demokraten in Hellas wohl als wesentlich erkannt, aber festzuhalten und zu dauernden Organisationen zu entwickeln nicht vermocht hatten. Dagegen musste die Bildung, das eigenste Ergebnis des hellenischen Lebens, ganz und völlig dem makedonischen Volksleben gegeben, so dass schon von früheren Fürsten begonnene Fortgesetzt werden. Das Vorbild des Königs und seines Hofes war hier von der größten Wichtigkeit, und der Adel des Landes trat bald in die Ebense natürliche wie wirksame Stellung, den gebildeten Teil der Nation auszumachen, ein Unterschied, der sich in solcher Art in keinem der griechischen Hauptstaaten zu entwickeln vermocht hatte, da die Spartaner alle roh und den Helluten und Perioiten ihres Landes gegenüber nur Herren waren, die freien Athener aber sich wenigstens selbst ohne Ausnahme für höchst gebildet hielten, während andererorts freilich mit der Demokratie der Herrenstand aufgehört hatte, aber um mit dem Unterschiede von Reich und Arm das Niveau des geistigen Lebens desto sicherer sinken zu machen. Philipp hatte in den Tagen des Epaminon das Entheben gelebt, ein Schüler des Plähton, Ulfraeus von Oreos, hatte früh auf sein Schicksaleinfluss gehabt, ihn selbst nennt Isokrates einen Freund der Literatur und der Bildung, das er Aristoteles zum Lehrer seines Sohnes berief, bezeugt es. Er sorgte, so scheint es, durch Einrichtung von Lehrvorträgen aller Art, die zunächst für die Edelknaben in seiner Umgebung bestimmt waren, für die Bildung des jungen Adels, den er so viel als möglich an den Hof zu ziehen, an seine Person zu fesseln und für den unmittelbaren Dienst des Königs ums vorzueben suchte. Als Edelknaben und bei reifere Jugend in den Scharen der Heertheiren als Leibwächter, Sommatephylakes, des Königs, als Kommandierende bei den verschiedenen Abteilungen des Heeres, in Gesandtschaften an hellenische Staaten, wie sie so häufig vorkamen, hatte der Adel Gelegenheit genug, sich auszuzeichnen oder den Lohn für Geistätedienste zu empfangen. Überall aber bedürfte er jener Bildung und artischen Sitte, wie sie der König wünschte und selbst besaß. Sein eifrigster Gegner musste gestehen, dass Athen kaum einen an feiner Geselligkeit ihm ähnlichen aufzuweisen habe, und wenn es an seinem Hofe für gewöhnlich nach der derben makedonischen Art mit Gelagen und Lärm und Trunkenheit herging, zentaurenhaft, lästrigonenhaft, wie Topomp sagt, so waren die Hoffeste, der Empfang fremder Gesandtschaften, die Feier der großen Spiel des zu glänzenden nach hellenischer Art und Geschmack, alles prächtig und großartig, nichts kleindig und karg. Die Domänen des Königshauses, die Grundsteuern des Landes, die Zöller der Häfen, die Bergwerke am Panion, die jährlich an 1000 Talentertrag gaben, vor allem die Ordnung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, die Philipp durchgeführt, machten sein Königtum so überlegen, wie es in der hellenischen Welt nur einmal vorgekommen war, in der Puri-Gleichenzeit Athens. Selbst artischen Gesandten konnte der Hof von Peler mit seiner Opulenz, seinem militärischen Glanz, dem Adel, der dort versammelt war, wohl imponieren. Mehrere dieser edlen Geschlechter, wie schon bemerkt, waren fürstlichen Ursprungs, so das Bakiadengeschlecht von Lenkestis, so das Geschlecht des Polispechon, fürstlich im Tymphaischen Lande, so das des Orontes, dem die Landschaft Orestes gehört zu haben scheint, des Orontes älterer Sohn Perdikas erhielt die Führung der Phalanx von Orestes, derselben, wie es scheint, welche, als er selbst hippatsch wurde, an seinen Bruder Algettes überging. Das bedeutendste unter diesen fürstlichen Geschlechtern, eine Seitenlinie des Königshauses, war das von Illumyotis, entstammt von dem oben erwähnten Fürsten der das aus der Zeit des Peloponnesischen Krieges, um das Jahr 380 hatte ein zweiter der das den Besitz des Landes und war damals, mit Amintas von Makedonien und den Spartanern verbündet, gegen Olymd gezogen, Später wird er als von den Olymd-Tieren gefangen erwähnt. Wenn Philippus dessen Schwester Philat zur Gemahlin genommen hat, so wird er damit ihn fester Ansicht zu ketten oder ein Zerwürfnis auszugleichen bezweckt haben. Des der das Brüder, Machatas und Hapalos werden in des Königs Umgebung erwähnt. Aber es blieben zwischen Philipp und dieser Familie Spannungen, die nicht immer geschickt genug verhehlt wurden, und die der König vielleicht absichtlich näherte, um durch zweifelhafte Gunst sie etwas fern und in Besorgnis zu halten, kaum konnte Machatas in eine Rechtssache, in welcher der König zu Gericht saß, einen gerechten Spruch erlangen, und Philipp unterließ nicht, eine Unrechtlichkeit, die ein Verwandter des Hauses sich zu Schulden kommen lassen, zur öffentlichen Kränkung der Familie zu benutzen, die Bitten, die des Machatas Bruder für ihn einlegte, wurden nicht ohne Schärfe zurückgewiesen. Von den zahlreichen edlen Geschlechtern, die an dem Hofe von Billa versammelt waren, für denen zwei wegen ihrer besonderen Wichtigkeit Erwähnung, das des Heus und des Philotas. Philotas Sohn war jener treue und besonnene Feldherr Parmenion, dem Philipp wiederholt die Führung der wichtigsten Expeditionen anvertraute, ihm dankte er den Sieg über die der Dana 356, durch ihn ließ er 343 Eupoia besetzen, Parmenions Brüder Asandrus und Agathon, noch mehr seine Söhne Philotas, Nikanoi und Hektanamen später bedeutenden Anteil an dem Ruhme des Vaters, seine Töchter verbanden sich mit den vornehmsten Söhnen des Landes, die eine mit Kuinos, dem Verlangenführer, die andere mit Athalos, dem Ohrheim einer späteren Gemahlin des Königs. In nicht minder einflussreiche und ehrenvoller Stellung war des Heus Sohn Antipatrus oder, wie ihn die Mägdenen nannten, Antipas, das bezeichnetes Königswort, ich habe ruhig geschlafen, denn Antipas wachte, seine erprobte Treue und die nüchterne Klarheit, mit der er militärische Verhältnisse auffasste, machten ihn für das hohe Amt eines Reichsverwässers, das er bald genug annehmen sollte, vollkommen geeignet, die Vermählung mit seiner Tochter schien das sicherste Mittel, die hohe Familie der Lönkästier zu gewinnen, seine Söhne Kassandros, Archias und Heus erhielten erst später Bedeutung. So der Hof, so die Nation, wie sie durch Philipp gestaltet waren, man darf hinzufügen, dass das monarchische Element in dem makedonischen Staatsleben ebenso durch die geschichtliche Stellung dieses Staates, wie durch die Persönlichkeit Philipps ein entschiedenes Übergewicht erhalten musste. Erst in dem Ganzen dieses Zusammenhanges ist es Königscharakter und Handlungsweise begreiflich. In dem Mittelpunkte von Widersprüchen und Gegensätzen der eigentümlichsten Art, Grieche im Verhältnis zu seinem Volke, Mägden für die Griechen, war er jenen um die hellenische List und Hinterlist, diesen um die makedonische Derbheit und Tatkraft voraus, beiden über überlegen an scharfe Fassung seiner Ziele, an folgerichtiger Durchführung seiner Entwürfe, an Verschwiegenheit und Raschheit in der Ausführung. Er verstand seinen Gegnern stets ein Rätsel zu sein, ihnen immer anders, an anderer Stelle, in andere Richtung zu erscheinen, als sie erwarteten. Von Natur zu Wollust und Genuss geneigt, war er in seinen Neigungen ebenso rücksichtslos wie unbeständig. Oft schien er von seinen Leidenschaften völlig beherrscht zu werden und war doch in jedem gegebenen Fall ihrer völlig Herr, so nüchtern und kalt, wie es seine Zwecke forderten, und man kann zweifeln, ob in seinen Tugenden oder in seinen Fehlern mehr sein eigenstes Wesen hervortrat. In ihm stellt sich die Bildung seines Zeitalters, ihre Glätte, Klugheit, Frivolität, ihre Verbindung von großen Gedanken und raffinierter Geschmeidigkeit wie in einem Bilde dar. Das entschiedene Gegenteil von ihm war seine Gemahlin Olympias, II, die Tochter des Epiroten-Königs Neoptolemos, aus dem Geschlechter Archils, Philipp hatte sie in seinen jungen Jahren bei der Mysterienfeier auf Samothraki kennengelernt und sich mit Einwilligung ihres Vormundes und Ohams Arribbas mit ihr vermählt. Schön, verschlossen, voll tiefer Gluten, war sie dem geheimnisvollen Dienste des Orpheus und Bakos, den dunklen Zauberkunsten der thrakischen Weibe eifrigst ergeben, in den nächtlichen Orgien, so wird berichtet, sah man sie vor allem in wilder Begeisterung, den Tursus und die Schlange schwingend, durch die Berge stürmen, ihre Träume wiederholten die fantastischen Bilder, deren Ege mütvoll war, sie träumte, so heißt es, in der Nacht vor der Hochzeit, es umtose sie ein mächtiges Gewitter, und der Blitz fahre flammend in ihren Schoß, daraus dann ein wildes Feuer hervorbreche und in weit und weiter zehrenden Flammen verschwinde. Wenn die Überlieferung sagt, dass außer vielen anderen Zeichen in der Nacht, da Alexander geboren wurde, der Artemis-Tempel zu Ephesus mit seinem Meabuzos an der Spitze seiner verschnittenen und hierudelnden Hellenen ein echt morgenländisches Heidentum, niedergebrannt sei, dass ferner der König Philipp die Nachricht von der Geburt seines Sohnes zu gleicher Zeit mit drei Siegesbotschaften erhielt, so spricht sie sagenhaft den Sinn des reichsten Heldenlebens und den großen Gedanken eines Zusammenhanges aus, wie ihn die Forschung nachzuweisen sich oft umsonst bemüht und öfter überhoben hat. Von König Philipp sprechend, sagte Pompos, nie hat, alles in allem gerechnet, Europa einen solchen Mann getragen, wie den Sohn des Amintas. Aber das Werk, in dem er das Ziel seines Lebens sah, zu vollbringen, fehlte ihm, dem Zehen, Rechnenden, mit unverdrossener Arbeit sich mühenden, ein letztes Etwas, das auf seinem Wege nicht lag. Er mag jenen Gedanken als Mittel ergriffen haben, die Griechenwelt zu einigen, den Blick seiner Mägternen hoch und höher zu heben, es war der Gedanke, den die Bildung, die Geschichte des Griechentums ihm gab, die Notwendigkeit der Verhältnisse, in denen er so lange, so schwer zu ringen hatte, trieb ihn zu diesem Gedanken, nicht die Notwendigkeit und die unwiderstehliche Macht dieses Gedankens zu dessen Ausführung, man möchte zweifeln, ob er an ihn glaubte, wenn man ihnen immer neuen Vorbereitungen zögern und zur Seite lenken sieht, gewiss waren diese erforderlich, aber denn außer auf den Pillionen türmend, erreicht man den Olymp der Götter doch nicht. Wohl sah er jenseits des Meeres das Land der Sieger und der Zukunft Makedoniens, dann aber trübte sich sein Blick, und seine Pläne umwirkten sich mit den luftigen Gestaltungen seiner Wünsche. Dasselbe Verlangen nach dem großen Werke teilte von ihm sich seinen Umgebungen, dem Adel, dem gesamten Volke mit, es wurde der stets durchdringende Grundton des makedonischen Lebens, das lockende Geheimnis der Zukunft. Man kämpfte gegen die Thraka und siegte über die Griechen, aber der Orient war das Ziel, für das man kämpfte und siegte. Unter solchen Umgebungen verlebte Alexander seine Kinderjahre, und früh genug mögen die Sagen vom Morgenlande, vom stillen Goldstrom und dem Sonnenquell, dem goldenen Weinstock mit smaragdenen Trauben, und der Nysavise des Dionys des Knabenseele beschäftigt haben, dann wuchs er heran und hörte von den Siegen beim Marathon und Salamis und von den heiligen Tempeln und Gräbern, die der Perserkönig mit seinen Sklavenheeren zerstört und geschändet habe, und wie damals auch sein Ahnherr, der erste Alexandros, den Persern Erde und Wasser habe darbringen, ihnen Heeresfolge gegen die Hellen und leisten müssen, wie nun Makedonien nach Asien ziehen und die Ahnen rächen werde. Als einst Gesandte aus der persischen Königsbrücke nach Belakamen, fragte er sie sorgsam nach den Heeren und Völkern dieses Reichs, nach Gesetz und Brauch, nach Verfassung und Leben der Völker, die Perser erstaunten über den Knaben. Von nicht minderer Wichtigkeit war, dass Aristoteles, der größte Denker des Altertums, des heranwachsenden Lehrer wurde, 345-344. Philipp soll bei der Geburt seines Sohnes ihn darum ersucht, er soll ihm geschrieben haben, nicht dass er geboren ist, sondern dass er an deinen Tagen geboren ist, macht mich froh, von dir erzogen und gebildet wird er unserer würdig und der Bestimmung, die einst sein Erbe ist, gewachsen sein. Der die Welt dem Gedanken erobert hat, erzog den, der sie mit dem Schwert erobern sollte, ihm gebührt der Ruhm, dem leidenschaftlichen Knaben die Weihe und Größe der Gedanken, den Gedanken der Größe gegeben zu haben, der ihn den Genuss verachten und die Wollust fliehen lehrte, der seine Leidenschaft adelte und seiner Kraft Maß und Tiefe gab. Alexander bewahrte für seinen Lehrer alle Zeit die innigste Verehrung, seinem Vater danke er nur sein Leben, seinem Lehrer, dass er würdig lebe. Unter solchen Einflüssen bildete sich sein Genius und sein Charakter, voll Tatenlust und Ruhmbegehr trauerte er wohl um die Siege seines Vaters, die ihm nichts mehr zu tun übrig lassen würden. Sein Vorbild war Achilles, aus dessen Geschlecht er sich gern entstammt zu sein rühmte, und dem er durch Ruhm und Leid ähnlich werden sollte. Wie jener seinen Patroclus, so liebte er den Freund seiner Jugend, Hephaestion, und wenn er seinen großen Ahnherrn glücklich priest, das Hörmer der Nachwelt das Gedächtnis seiner Taten überliefert habe, so ist die Heldensage der Morgen- und Abendländischen Völker nicht müde geworden, den Namen Alexanders mit allem Wunderglanz menschlicher und übermenschlicher Größe zu schmücken. Er liebte mehr seine Mutter als seinen Vater, von jener hatte er den Enthusiasmus und die tiefe Innigkeit des Empfindens, die ihn in der Reihe der Helden alter und neuer Zeit unterscheidet. Dem entsprach sein Äußeres, sein scharfer Gang, sein funkelnder Blick, das zurückfliegen der Haar, die Gewalt seiner Stimme bekundete den Helden, wenn er ruhte, bezauberte die Milde seiner Miene, das sanfte Rot, das auf seiner Wange spielte, sein feucht aufblickendes Auge, das ein wenig zur linken geneigte Haupt. In retterlichen Übungen war er vor allen ausgezeichnet, schon als Knabe bändigte er das wilde tessalische Rossbuck gefallos, an welches sich kein anderer wagen wollte, und das ihm späterhin in allen seinen Kriegen als Schlachtrust diente. Die erste Waffenprobe legte er unter seines Vaters Regierung ab, er bezwang, als Philipp Byzans belagerte, die Maide und gründete dort eine Stadt mit seinem Namen, noch höheren Ruhm gewann er in der Schlacht von Caerone, die durch seine persönliche Tapferkeit gewonnen wurde. Im Jahre darauf schlug er den illyrischen Fürsten Plorias in einer sehr hartnäckigen Schlacht. Der Vater sah, so scheint es, neidlos in dem Sohn den einstigen Vollen der seiner Pläne, er wird nach so vielen Erschütterungen, die die Nachfolge des Königshauses über das Land gebracht, über die Zukunft desselben beruhigt gewesen seien, wenn ihm zur Seite der Nachfolger stand, der den höchsten Aufgaben des Königtums gewachsen schien, dem, so soll sein Ausspruch gewesen sein, Makedonien zu klein sein werde, der, nicht, wie er selbst, vieles, was nicht mehr zu ändern, zu bereuen haben werde. Dann begannen Irrungen zwischen Vater und Sohn. Alexander sah seine Mutter von Philipp vernachlässigt, thesalische Tänzerinnen und griechische Buhlerinnen ihr vorgezogen, dann gar wählte sich der König eine zweite Gemahlin aus den edlen Töchtern des Landes, des Atalos nichte Kleopatra. Das Beilage, so ist die Erzählung, wurde nach makedonischer Sitte glänzend und lärmend gefeiert. Man trank und lachte, schon waren alle vom Wein erhitzt, da rief Atalos, der jungen Königin Neuheim, bittet die Götter, ihr Mägtanen, dass sie unserer Königin Schoß segnen und dem Lande einen rechtmäßigen Thronerben schenken mögen. Alexander war zugegen, im heftigsten Zorn schrie er ihm zu, gelte ich dir als ein Bastard, Lästerer? und schleuderte den Becher gegen ihn. Der König sprang wütend auf, riss das Schwert von der Seite, stürzte auf den Sohn, ihn zu durchbohren, er wein, die Wut, die Wunde von Caerone machten seinen Schritt unsicher, er taumelte, fiel zu Boden. Die Freunde eilten, Alexander aus dem Saale zu entfernen, seht, Freunde, sagte er beim hinausgehen, mein Vater will von Europa nach Asien gehen und kann nicht den Weg von Tisch zu Tisch vollenden. Er verließ mit der Mutter Makedonien, sie ging nach ihrer Heimat Epirus, er weiter zu den Ilian. Nicht lange danach kam Demarathus, der korinthische Gastfreund, nach Bela, nach dem Gruße fragte der König, wie es unter den Hellenen aussehe und ob sie Frieden und Eintracht hielten. Mit edler Freimütigkeit antwortete der Gastfreund, O König, schön fragste nach Fried und Eintracht im hellenischen Lande und hast dein Eigenhaus mit Unfrieden und Hass erfüllt und, die dir die Nächsten und Liebsten sein sollten, von dir entfremdet. Der König schwieg, er wusste, wie Alexander geliebt wurde, was er seit und war, er fürchtete, den Hellenen Anlass zu bösem Läum und und vielleicht zu böseren Plänen zu geben. Demarathus selbst musste das Geschäft des Vermittlers übernehmen, bald waren Vater und Sohn versöhnt, Alexander kehrte zurück. Aber Olympias vergaß nicht, dass sie misshärt und verstoßen war, sie blieb in Epirus, sie drang in ihren Bruder, die Waffen gegen Philipp zu erheben, sich der Abhängigkeit von ihm freizumachen. Sie wird auch ihren Sohn zu warnen und aufzureizen nicht unterlassen haben. Anlass zum Misstrauen fand sich genug, Atalos und dessen Freunde standen überall voran. Als gar den Gesandten des karischen Dynasten Pixodaros, die um ein Bündnis mit Philipp Waden und Verschwägerung beider Häuser vorschlügen, für das Dynastentochter Aitaius zum Gemahl angeboten wurde, des Königs Sohn von der Thessalerin, da meinte Alexander nicht anders, als dass sein Recht auf die Nachfolger in Gefahr sei. Seine Freunde stimmten bei, sie rieten, mit Entschlossenheit und höchster Eile den Plänen des Vaters entgegenzuarbeiten. Ein Vertrauter, der Schauspieler des Salos, wurde zum karischen Dynasten gesandt, er möge doch seine Tochter nicht dem blödsinnigen Bastard preisgeben, Alexander, des Königs rechtmäßiger Sohn und einstiger Thronerbe, sei bereit, eines so mächtigen Fürstenitem zu werden. Philipp erfuhr die Sache und zürnte auf das Heftigste. In Gegenwart des jungen Philotas, eines der Freunde Alexanders, warf er ihm die Unwürdigkeit seines Misstrauens und seiner Heimlichkeiten vor, er sei seiner hohen Geburt, seines Glückes, seines Berufes nicht wert, wenn er sich nicht schäme, eines Karres Tochter, des barbaren Königs Sklaven, heimzuführen. Die Freunde Alexanders, die ihn beraten, Harpalos, Nearchus, Ptolemaius, des Lagos Sohn, die Brüder Erechus und Lamedon, wurden vom Hofe und aus dem Lande verwiesen, Thessalos Auslieferung in Korinth gefordert. So kam das Jahr 336. Die Rüstungen zum Persäkriege wurden mit der größten Lebhaftigkeit betrieben, die Kontingente der Bundesstaaten aufgerufen, nach Asien eine bedeutende Heeresmacht unter Parmenion und Athalos vorausgesandt, die Plätze jenseits des Hellespons zu besetzen und die hellenischen Städte zu befreien, dem großen Bundesheere den Weg zu öffnen. Seltsam genug, dass der König so seine Macht zersplitterte, doppelt seltsam, dass er einen Teil derselben, der nicht auf alle Fälle stark genug war, daran gab, ehe er der politischen Verhältnisse daheim völlig sicher war. Ihm entgingen die Bewegungen in Epirus nicht, sie schienen einen Krieg in Aussicht zu stellen, der nicht bloß den Pässerzug nach mehr zu verzögern drohte, sondern, wenn er glücklich beendet wurde, keinen bedeutenden Gewinn gebracht, im entgegengesetzten Fall das mühsame Werk, das der König in 20-jähriger Arbeit vollendet hatte, mit einem Schlage zerstört haben würde. Der Krieg musste vermieden, der Molosser durfte nicht in so unzuverlässiger Stellung zu Makedonien gelassen werden, er wurde durch einen Antrag gewonnen, der ihn zugleich ehrte und seine Macht sicherte. Philipp verlobte ihm seine und Olympias Tochter Cleopatra, noch im Herbst desselben Jahres sollte das Beilager gehalten werden, welches der König zugleich als das Fest der Vereinigung aller Helleren und als die gemeinsame Weiher für den Pässerkrieg mit der höchsten Pracht zu feiern beschloss, hatte doch auf seine Frage, ob er den Pässerkönig besiegen werde, der delfische Gott ihm geantwortet, siehe, der Stier ist gegrenzt, nun endet's, bereit ist der Opferer. Unter den jungen Ederleuten des Hofes war Pausanias, ausgezeichnet durch seine Schönheit und in des Königs hohe Gunst. Bei einem Gelage hatte er schwere Beschimpfung von Athalos erlitten, denn sich, auf das Höchste entrüstet, an den König gewandt, der, was Athalos getan, wohltadelte, aber sich begnügte, den Beleidigten mit Geschenken zu begütigen, ihn in die Reihe der Leibwächter aufzunehmen. Darauf vermählte sich Philipp mit Athalos' Nichte, Athalos mit Palmenions Tochter, Pausanias sah keine Hoffnung sich zu rächen, desto tiefer nagte der Gräm und das Verlangen nach Rache und der Hass gegen den, der ihn um sie betrogen. In seinem Hause war er nicht allein, die limkestischen Brüder hatten nicht vergessen, was ihr Vater, was ihr Bruder gewesen war, sie knüpften geheime Verbindung mit dem Perser-Könige an, sie waren um desto gefährlicher, je weniger sie erschienen. Im Stillen fanden sich mehr und mehr Unzufriedene zusammen, Hermokratis, der Sophist, schürte die Glut mit der argen Kunst seiner Rede, er gewann Pausanias Vertrauen. Wie erlangt man den höchsten Ruhm? fragte der Jüngling. Er mordet ihn, der das Höchste vollbracht hat, war des Sophisten Antwort. Es kam der Herbst, mit ihm die Hochzeitfeier, in Aigai, der alten Residenz und, seit Bella Blüte, noch der Könige Begräbnisort, sollte das Beilager gehalten werden, von allen Seiten strömten Gäste herbei. In festlichem Pomp kamen die Theoren aus Griechenland, viele mit goldenen Kränzen für Philipp, die Fürsten der Agrianer, Pionen, Odryser, die Großen des Reiches, der ritterliche Adel des Landes, unseliges Volk. In lautem Jubel, unter Begrüßungen und Ehrenverleihungen, unter Festzügen und Gelagen vergeht der erste Tag, Herolde laden zum nächsten Morgen in das Theater. Ehe noch der Morgen graut, drängt sich schon die Menge durch die Straßen zum Theater in buntem Gewühl, von seinen Edelknaben und Leibwächtern umgeben nahtendlich der König im festlichen Schmuck, er sendet die Begleitung vorauf in das Theater, er meint ihre inmitten der frohen Menge nicht zu bedürfen. Da stürzt Pausanias auf ihn zu, durchstößt seine Brust, und während der König niedersinkt, eilt er zu den Pferden, die ihm am Tore bereitstehen, flüchtend strauchelt er, fällt nieder, per Dekas, Leonnatus, andere von den Leibwächtern erreichen ihn, durchbohren ihn. In wilder Verzweiflung löst sich die Versammlung, alles ist in Bestürzung, in Gärung. Wem soll das Reich gehören, wer es retten? Alexander ist der Erstgeborene des Königs, aber man fürchtet den wilden Hass seiner Mutter, die dem Könige zu gefallen mancher verachtet und misserrt hat. Schon ist sie in Aigai, die Totenfeier ihres Gemahls zu halten, sie scheint das Furchtbare geahnt, vorausgewusst zu haben, den Mord des Königs nennt man ihr Werk, sie habe dem Mörder die Pferde bereitgehalten. Auch Alexander habe um den Mord gewusst, ein Zeichen mehr, dass er nicht Philipps Sohn, sondern unter schwarzen Zauberkünsten empfangen und geboren sei, daher des Königs Abscheu gegen ihn und seine wilde Mutter, daher die zweite Ehe mit Kleopatra. Dem Knaben, den sie eben geboren, gebühre das Reich, und habe nicht alterlos, ihr Ohrheim, des Königs Vertrauen gehabt. Der sei würdig, die Regentschaft zu übernehmen. Andere meinen, das nächste Recht an das Reich habe Amintas, Perdikas Sohn, der als Kind die Zügel des vielbedrohten Reiches an Philipp habe überlassen müssen, nur Philipps Trefflichkeit mache seine Usurpation verzeihlich, nach unverjährbarem Recht müsse Amintas jetzt die Herrschaft erhalten, deren er sich in langer Entzagung würdig gemacht habe. Dagegen behaupten die Lenkesti und der Anhang, wenn ältere Ansprüche gegen Philipps Leibeserben geltend gemacht würden, so habe vor Tadikas und Philipps Vater ihr Vater und ihr Bruder das Reich besessen, dessen sie nicht länger durch Usurpation beraubt bleiben dürften, überdies seien Alexander und Amintas fast noch Knaben, dieser von Kindheit an der Kraft und Hoffnung zu herrschen entwöhnt, Alexander unter dem Einfluss seiner rachetürstenden Mutter, durch Übermut, verkehrte Bildung im Geschmack des Tages, Verachtung der alten guten Sitte den Freiheiten des Landes gefährlicher als selbst sein Vater Philipp, sie dagegen seien Freunde des Landes und aus jenem Geschlecht, das zu aller Zeit die alte Sitte aufrecht zu erhalten gestrebt habe, er graut unter den Mägdern, mit den Wünschen des Volkes vertraut, dem großen Könige in Susa befreundet, könnten sie allein das Land vor dessen Zorn schützen, wenn er Genugtuung für den Tolkien begonnenen Krieg Philipps zu fordern komme, zum Glück sei das Land durch die Hand ihres Freundes früh genug von einem Könige befreit, der das Recht, der des Volkes wohl, der Schwüre und Tugend für nichts geachtet habe. So die Parteien, aber das Volk hasste die Königsmörder und fürchtete den Krieg nicht, es vergaß Kleopatras Sohn, da der Vertreter seine Partei fern war, es kannte den Sohn des Perdikas nicht, dessen Tatlosigkeit Beweis genug für seine Unfähigkeit schien. Auf Alexanders Seite war alles Recht und die Teilnahme, welche unverdänte Kränkungen erwecken, außerdem der Ruhm der Kriege gegen die Maidea, die Illyria, des Sieges von Caeronea, der schönere Ruhm der Bildung, Leutseligkeit und Hochherzigkeit, selbst den Geschäften des Reiches hatte er schon mit Glück vorgestanden, er besaß das Vertrauen und die Liebe des Volkes, namentlich des Heeres war er sicher. Der Linchesti Alexandros erkannte, dass für ihn keine Hoffnung blieb, er eilte zu Olympias Sohn, er war der Erste, der ihn als König der Mägtanen begrüßte. Alexanders Anfang war nicht die einfache Übernahme eines zweifellosen Erbes, er, der Zwanzigjährige, sollte zeigen, ob er König zu seinem Beruf und Kraft habe. Er ergriff die Zügel der Herrschaft mit sicherer Hand, und die Verwirrung war vorüber. Er berief nach makedonischer Sitte das Heer, seine Huldigung zu empfangen, nur der Name des Königs sei ein anderer, die Macht Makedoniens, die Ordnung der Dinge, die Hoffnung auf Eroberung dieselbe. Er ließ die alte Dienstpflicht, er erließ denen, die dienten, alle anderen Dienste und Lasten. Häufige Übungen und Märsche, die er anordnete, stellten den militärischen Geist bei den Truppen, den die jüngsten Vorgänge gelockert haben mochten, wieder her und machten sie seiner Hand sicher. Der Königsmord forderte die strengste Strafe, sie war zugleich das sicherste Mittel, das neue Regiment zu befestigen. Es kam an den Tag, dass die lenquestischen Brüder vom Perser Könige, der den Krieg mit Philipp fürchtete, bestochen waren und in der Hoffnung, durch persische Hilfe das Reich an sich zureißen, eine Verschwörung gestiftet hatten, für deren geheime Pläne Pausanias nur das blinde Werkzeug gewesen war, die mit Verschworenen wurden in den Tagen der Leichenfeier hingerichtet. Unter ihnen die Lenkesti Ahabaius und Herumenes, ihr Bruder Alexandrus wurde begnadigt, weil er sich unterworfen hatte, des Ahabaius Sohn Neoptolemus flüchtete zu den Persern.